Musik Stimmung hier am Körbkernal oder sogar noch besser heute Abend im Allmenschstadion von Luzern, wo ein neuer Zuschauerrekord zu verzeichnen ist, 26.000 haben Platz gefunden. Musik Und das Tor durch Gabon Carstenmaier schon nach 73 Sekunden. Nicht nur eine verrückte Kulisse, auch ein ganz verrücktes Spiel. Musik Bauman-Vorlage Dutzel, 3-2 in der 64. Minute. Musik Und jetzt ist hier in der Allmenschstadion etwas los, kann ich Ihnen sagen. Und hier die Ausführung des Strafstoßes. Musik Rueda, der Captain hat die Sache erledigt und dann ist die Partie zu Ende. Ein klares Predix, Luzern schlägt Basel deutlich mit 4 zu 1. Musik 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 Musik